Sie werden kaum wissen, wer dieser Herr ist, der da frühmorgens aus seinem Hause kommt. Aber vielleicht kennen Sie diesen Wagen, dann wissen Sie schon fast alles. Denn eben dieser Wagen wartet im wahrsten Sinne des Wortes auf seinen Herrn. Es ist sozusagen der Porsche für Herrn Porsche. Herr Ferdinand Porsche Junior, man nennt den Ferry, gehört zum Jahrgang 1909 und ist ja der Erbe eines Namens, der buchstäblich wie ein Motor in der technischen Entwicklung der letzten 50 Jahre steht.